Es war einmal mitten im Sommer und die Sonnenstrahlen glitzerten wie Diamanten am Himmel. Zehn kleine Einzelmännchen, fleißig und getrieben von Perfektion. Nachts, wenn die Sonne untergegangen war, begannen sie ihr Wernack. Mit der Mission, die besten Ski für die Athletinnen und Athleten der Fischer-Race-Family zu bauen. Und schneller als so mancher sich versehen konnte, war er da. Der Winter. Und Frau Hollis Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel. Und die Athletinnen und Athleten der Fischer-Race-Family hatten ihre Ski abgeholt und waren bereit für eine spannende Saison. Mit vielen Erfolgen und tollen Geschichten. Und unsere Einzelmännchen, die haben sich wieder in ihre Häuschen zurückgezogen und beobachteten glücklich und zufrieden ihre gelungene Arbeit aus den Tiefen der Fischer-Produktion in Oberösterreich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.